Die Zeiten ändern sich. Und wir uns auch. Leipzig. Boomtown des Ostens. Im Westen Leipzigs liegt Plackwitz. Es gehört zu einem der interessantesten Standorte Leipziger Industriekultur. Als Gründer und Innovationsort erzählt es noch heute jedem Besucher seine Geschichte und nimmt ihn zugleich mit in die Moderne. Heute entwickelt sich Plackwitz zu einem der begehrtesten Wohn- und Arbeitsorte Leipzigs und hält noch viel Potenzial für die Zukunft bereit. Mit der Industrialisierung sind in Leipzig seit dem Ende des 19. Jahrhunderts tiefgreifende technologische und gesellschaftliche Veränderungen verbunden. Die Industrielle Revolution schuf die Grundlagen dessen, was wir heute die moderne Welt nennen. Handwerkliche Produktion mit Werkzeugen wurde zur maschinellen Massenfertigung und in nur 200 Jahren übertrug der Mensch die meisten körperlichen Tätigkeiten den Maschinen. Die technische und wirtschaftliche Veränderung brachte auch soziale Auswirkungen mit sich. Die Ansprüche in der Gesellschaft änderten sich. Die Lebensbedingungen jedes Einzelnen ebenfalls. Die moderne Industriegesellschaft entstand. Hier im Leipziger Westen schlug in den früheren Jahrzehnten der Stadtgeschichte das industrielle Herz der Stadt Leipzig. Wie war das möglich? Es war möglich, weil es Menschen gab, die gut ausgebildet waren, die neue, interessante Produkte für Leipzig, für Deutschland und für den europäischen Markt hinaus entwickelt haben und die immer auf dem neuesten Stand von Technik und Innovation gewesen sind. In Plagwitz treiben seit Jahren Innovationen und Technologietransfer die Entwicklung der Industrie voran. Einer der wesentlichen Bausteine der Entwicklung, das Lernen, unterliegt heute selbst dem Wandel. Dieser Wandel beginnt in unseren Köpfen. In der VDI Garage kann man sich live anschauen, was Technologie, was Robotik heute bietet. Und man kann sich sehr, sehr sicher sein, dass man dann die entsprechende Ausbildung oder das entsprechende Studium einschlagen wird. Bildung ist die mächtigste Kraft, um die Welt zu verstehen und sie mit diesem Verständnis besser zu machen. Vor allem bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der VDI Garage wird dieser neue Geist spürbar. Nichts ist so beständig wie der Wandel, sagte einst Ovid. Und Leipzig steckt mittendrin. Wir sind bereit für die Herausforderungen der Zukunft.